Na dann holen wir mal den kleinen Hellmann. Hellmann, Herrmann, Herrmann. Hellmann, Herrmann. Herrmann, Herrmann. Ich dachte, er sagt jetzt Crystal Meth. Oh. Nein. Ich hätte gern die Kamera. Okay. Das Crystal Meth. Nö. Dreh dich doch mal um, Alter. Ich will dich doch nur umbringen. Nein, nicht Kotzschluss. Nein, 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 oh mein Gott. Kommt der Eher? Nicht gut. Mit erhobenen Händen rauskommen. Nein. Das wollen wir machen. Das wollen wir machen. Ja. Ich weiß hier. Entschluss. Nimm doch die scheiß Drohne. Genau. Oh, fuck me. Du weißt, dass du da bist. Ich spüre es. Oh, oh. Ach, der Scheiße. Oh. Zeig dich. Eieieieiei. Das war jetzt, äh, ganz die Knabby. Mist, ich komm hier nicht hoch. Jetzt. Ergib dich. Du kannst nicht dann kommen. Doch, kann ich. Guck, ist das einfach. Ich bin schon dann kommen, hey. Mist. Äh. Guck, guck. Jesus, ne. Wo ist er denn? Ah, da. Das nenne ich mal einen verdammt geilen Kill. Das war gerade mal ein richtig geiler Kill. Doch, kann ich. Sieh's doch. Du hast mich noch nicht mal gefunden. Also die Klappe. Hehehehe. Hehehe. 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 Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. BOOM! Ich bin über... Hm? Wapp? Maris? Das war's dann mit deiner wunderschönen Beschützerei. Beschützer-Eskorte, Mr. Hellmann. Ich würde sagen, du bist am Arsch. Dabei wollen wir dem Hellmann gar nichts tun. Wir wollen ja ihn einfach nur konsultieren. Wie einen Arzt. Damit er sich mal unser kleines, äh... Naja, Johnny-Problem anschaut. Na, wollen wir doch gar nicht mehr. Ich doch gar nicht mehr. Tick-Tack, Helden. Tick-Tack. Wie? Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka. Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Was ist das? Achso. Ne, egal. Okay, okay, okay. Na dann, Telefon. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn an Scheiß. Danke, Mura. Gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Wie bent? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset-Motel. Ich bin unterwegs. Wir halten ihn dort, bis ich einen treffe. Verstanden. Bis dann. Na, dann bringen wir den Herrn doch mal dahin. Komm mit. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Schon klar Johnny. Ähm. Wird sich das jetzt gut an oder nicht? Weiß ich noch nicht. Oh. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Schick. Eine halbe Festversammlung, wa? Nicht bewegen, okay? Die Kavalerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Hm. Ich brauch ein paar Infos von dem jungen Herrn. Hm. Mhm. Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Oh oh. So. So. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben einen Arsch zusammen gerettet. Ich hoffe. Er war es wert. So. Ich hab versucht Scorpion zu warnen. Aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ich glaube du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar. Dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste. Nicht wahr? Hör zu. Das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf. Du und ich. Wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja. Klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der Evi nicht abgestürzt. Und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Hm. Scheiße, verdammt. Man kann die Schulter auch immer auf andere schieben, ne? Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein. Er ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen euch zu folgen. Er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Oh, er hat das... Hör zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frage mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Hey. Das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Und, was jetzt? Zurück nach Night City? Ja. Ich meine... Lauf schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken. Über alles. Ich denke, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Ich komme. Wir haben deine Minute. Wir ab. Bis zum nächsten Mal. Pass auf, Skorpi, ins Motorrad auf. Ist jetzt deins. Danke. Komm, du schmieriger Lumpen. Ich hoffe, du hast Antworten, mein Freund. Sonst werd ich sauer. So, der Herr. Ich hab ein paar Fragen an dich. Mach auf. Du elender. Lumpen. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Ich stelle hier die Fragen. Ich stelle die Forderungen. Sonst gibt's Ausmaul. Niemand hat mich geschickt. Ich hab ein Problem und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Deine Tech versucht mich umzubringen. Bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Und da will ich es nicht haben. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich? Mhm. Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener, gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebooted, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schief laufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ha. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon. Du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Geht dich ein Scheißdreck an? Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Vor allem, was geht's denn an? Geht dich ein Scheißdreck an? Du beantwortest meine Fragen, oder du kriegst eine Kugel. Punkt. Was macht diese Version anders? Ein anderes Engram? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das einzigartige. Nicht Silverhands Engram. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engram in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Und dann nehmt ihr genau Johnnys Konstrukt für die Tests. Sehr schlau. Willst du mehr über deinen Zustand erfahren? Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Test gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation Neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Hm. Finde ich jetzt nicht interessant. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchst persönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Erfolg? Ja, ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Hm. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Bleibt mir hier nichts übrig. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird? Was? Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Was? Ich könnte dir allenfalls... Woho, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Soll das ein Witz sein? Moment. Du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das ein Gramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ähm. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Er redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Hm. Hm. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als seine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Ja. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht siehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Moment. Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf. Der Anzug versucht dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen? Reicht nicht. Ich glaub fast. Du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ach, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Hm. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Ach du Kacke. Besser als nichts. Sofern wir jemanden finden, der das Teckelblubber versteht. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Ah, diese Hitze. Das ist ganz ausgetrocknet. Ah, scheiße. Zieh dir das ja mal rein. Zieh dir das ja mal rein. Inakzeptabel. Unmöglich. So bin ich das. Das wirst noch tief. Oh, fuck. Ach, diese Wichser! Das geht schon. Das geht schon. Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Junge aus Haywood, der seinen Block für eine bessere Zukunft verlassen hat. Und jetzt tust du nichts anderes, als für ein paar Annie Skeffs zu jagen. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich seh Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Und jetzt beim letzten Werb Hilfs. Kommt einen Janen, folgen. Bäume. Und dann mit einem coolen Alter. Was immer wiederbirthend. Und wir sind in einem K해요. Und jetzt machen wir wieder. Und das war sehr benefic Hokussien wäre ganz丁. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017